so von dem willkommen zu einer weiteren ausgabe wer sucht der findet die wunderbare allianz werbung und ich würde eigentlich mit connor starten wollen aber der junge der hat alles im griff aber wir starten natürlich auch mit mit den foreign warriors aber nichts zu tun alles voll das ist das ist die die truppe das schöne ist ein paar spieler davon kenne ich sogar auch mit ein paar spieler von denen habe ich sogar zwischendurch auch mal betreut und immer mal wieder geschrieben grüße gehen an die leute raus ihr wisst wer gemeint ist ja also connor hat das ja alles soweit macht er das ja auch immer in seinen videos so ein bisschen ein bisschen die in die werbung zwischendurch oder jetzt auch das gesicht der allianz bist du ne da wird dann auch so ein bisschen dann hinter die kulissen geguckt sage ich mal und ja deswegen bleibt für mich gar nicht mehr so viel viel arbeit weil das 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 funktioniert hier halt einfach ne und deswegen erst mal der appell wieder an alle wenn irgendwo 30 von 30 steht dann nicht direkt einfach wegklicken ja in der regel gibt das banner da schon wieder irgendwie so ein paar hinweise und zwar haben wir das immer mal wieder gehabt dass 30 von 30 war aber hier stand dann ein platz frei so das heißt dann im endeffekt die leute oder derjenige der gehen will hört auf mit dem spielen will höher spielen will niedriger spielen was auch immer ne der wartet so lange bis ersatz da ist das heißt damit die allianz nicht 29 im krieg machen muss das machen vor allem halt weiter oben wo krieg pflicht ist da wird dann auf sowas dann so ein bisschen mehr geachtet als auch bei allianzen die halt generellen krieg freiwillig haben dann spielt jetzt nicht so eine große rolle ist natürlich auch schöner wenn der bleibt bis ersatz da ist aber ich sag mal so da ist der der verlassen knopf lockere so ein bisschen bei einigen nicht bei allen aber bei einigen und deswegen bei 30 von 30 immer die leute auch anschreiben und nachfragen wenn man in der allianz spielen wird es kann immer sein es kann auch ihre sich irgendwas ergeben dass sie es noch nicht reingeschrieben haben oben oder so ne deswegen alle allianzen die ich vorstelle den sage ich das immer bleibt es rein oder die müssen das mittlerweile mitgekriegt haben dementsprechend einfach einfach mal hier gucken wenn hier nicht steht und man sagt ich will ja trotzdem unbedingt rein dann trotzdem anschreiben das geht immer so und bei connor hat man natürlich den vorteil wenn man jetzt kein laien hat ist ja jetzt nicht mit ja keiner zu gezwungen sich laien zu holen bei manchen ist laien pflicht da sollte man dann überlegen ob man dann da rein will wenn man das gar nicht es haben will ich kann nur sagen es hilft definitiv ja austausch ist super und wir hat man halt hier den vorteil wenn man es halt nicht hat dann kann man mal hier gucken und da sieht man auch youtube connors empire generell man muss nicht connors empire eingeben ja sondern es reicht halt einfach wenn du connor und dann empires eingibst doch das reicht genauso wie bei mir archon empires oder bei den anderen sigmund empires oder ken empires oder weil sie nicht rao empires batman empires born unique empires dann kriegt man alle alle leute die mehr zu spontan eingefallen sind und das ist halt auch noch der vorteil da kann man natürlich auch kontakt aufnehmen ist nicht präferiert ja aber wenn man jetzt kein laien hat und sagt ja ich habe kein laien ich will aber unbedingt und hier und da und dort dann wird konner auch sagen jo da kriegen wir schon eine andere basis irgendwie discord wenn man das auch nicht will dann muss man halt gucken wie man kommuniziert na aber das ist dann alles schon irgendwie möglich und zumindest kann man das irgendwie arrangieren wenn nicht okay dann ist das halt so ja also es gibt mehrere möglichkeiten so und generell ich mache ja immer so dass ich trotzdem ein zwei worte sage das ist natürlich ein verbund ja sieht man auch anführer connor anführer der kleine connor sozusagen dementsprechend ist es halt so ich muss wieder aufpassen der er sagt immer mutter und tochter wenn ich das sage und dann irgendwie das weiter fortführe habe ich immer das gefühl ich komme in die hölle so wie ich das dann formuliert deswegen bleibe ich bei erster und zweiter allianz ist nicht böse gemeint aber für meinen seelenheil sozusagen lasse ich das mal lieber mit mutter und tochter das ist nie gut ausgegangen wenn ich das so anfange deswegen also wenn man natürlich in die erste will dann führt das nur über die zweite also man kann jetzt nicht sagen jo connor hier bin ich ich will in die erste über die zweite so dass man jetzt sagen kann jo hier haben wir das sehen wir hier oben titan pflicht und bei teilnahme im krieg sechs angriffe also krieg ist hier freiwillig in der ersten weil die erste in der ich weiß nicht top 100 etabliert noch nicht aber immer mal wieder drin kriegt dann auch mal ein gegner im krieg aus der top 100 ja mal eben einmal ganz kurz auf die kriegspunkte gucken 152.000 ja ist glaube ich jetzt aktuell nicht top 100 aber es ist knapp darunter also irgendwo da also ich sag mal ich sag mal wir können auf jeden fall sagen die top 200 allianz das können wir glaube ich safe sagen ja und dann guckt man halt so wie wie halt die phase im moment ist im krieg hat man eine siegesserie liegt einem der modus und hier und da und dort ja dann variiert das halt so ein bisschen aber wir haben hier krieg freiwillig so in der ersten ist der krieg pflicht und das sind halt so sachen hier kann man halt praktisch soll ich sagen vorspielen also man kann zeigen was man kann man kann sagen jo hier dann kann connor auch direkt von anfang an sagen so das ziel ist die erste und dann guckt er sich das ganz genau an wie spielt er wie verhält er sich auch seinen anderen mitgliedern hier gegenüber ist er kollegial ist das eher ein ego spieler will er wirklich nur auf die punkte gehen oder bietet er sich auch an ja ich hilfe dir hier und da oder einer sagt ja ich weiß nicht welches team ich nehmen soll ja lass mich mal gucken hier und da ist engagiert weiße das sind alles so sachen dann wo man dann natürlich ist glück haben kann dass connor dann irgendwann sagt so aus der ersten geht einer raus wechseln hört auf oder will vielleicht kürzer treten und geht in die zweite und ich bräuchte jetzt einen oben das man dann tauscht zum beispiel und das sind dann halt so sachen also der der weg wenn man in die erste will wenn das das ziel ist dann geht es über die zweite man kann natürlich auch sagen zweite ist in ordnung die tochter allianz hier fühle ich mich wohl die leute sind korrekt niveau könnte vielleicht also kriegsgegner ja niveau ist jetzt vielleicht ein bisschen hört sich vielleicht dann so ein bisschen abwerten dann aber kriegsgegner könnten vielleicht ein bisschen stärker sein weil ich mache immer fünf bis sechs one shots also was aber ich fühle mich hier wohl mit der truppe alles cool deswegen bleibe ich ja man kann natürlich dann auch mal fragen jo wie sieht das aus ich würde vielleicht mal einen monat oder sowas in der ersten mal oder in der mutter allianz mal sein um dann da mal so ein bisschen zu gucken so top 100 luft schnüffeln ja schnuppern heißt das eigentlich ja schnüffeln fand ich jetzt besser weil ich jetzt gerade irgendwie aus irgendeinem grund an vor den dann denken musste dieser dieser hund der verfolgt mich einfach ja ich weiß nicht warum und dementsprechend ist es natürlich dann auch eine möglichkeit also man hat viele verschiedene möglichkeiten man muss halt dann nur mit connor darüber reden im endeffekt generell kann man gucken wir sehen natürlich hier matze ist natürlich einer der erforscht sich mit seinem karrierelevel mit 119 aber prinzipiell auch wenn wir hier große accounts sehen prinzipiell ist diese allianz auch dafür da um kleinere voranzubringen also vielleicht auch natürlich mit hinblick darauf dass sie halt im verbund da erhalten bleiben und dass man praktisch dann denen hilft in dem spiel vielleicht jetzt nicht fuß zu fassen also vielleicht nicht die ganz kleinen die könnten halt hier dann auch dementsprechend schon ein bisschen weit abgehängt sein ja aber es muss ja noch nicht mal am account liegen sondern vom vom wissen her weiterhelfen auch das nicht nur vom account sondern auch vom wissen einfach solche sachen wie keine ahnung ich habe jetzt ein assler und ein octros welchen sollte ich leveln dann kann connor überlegen okay octros ist vielleicht besser für die ist nicht gleich sondern ist besser für die defensive wenn der uns erhalten bleibt und dann irgendwann im krieg teilnimmt hat er schon mal einen guten roten den erstellen kann ist besser als assler den langsamen und dann kann man das so so ein bisschen natürlich schreibt man dem spieler jetzt nicht vor du musst jetzt den und den leveln aber man kann dann sagen im hinblick auf würde ich den und den helden leveln dann hat der spieler ein leitfaden weiß okay alles klar das ist jetzt die sache die der leader gerne vorschlägt oder dann auch in dem fall möchte und dann könnte ich da mal drüber nachdenken und so mir gefällt es ja hier level ich den mal dann sieht er meinen willen und dass ich auf leute höre und so ne alles so kleinigkeiten also das ist nicht nur für leute die weiß ich nicht level 100 sind oder sowas sehen wir jetzt sind auch einige im 50er bereich ne also ich würde jetzt mal sagen damit man vielleicht nicht ganz so weit abgehängt ist wenn man so ab level 40 ja also connor hat mir nie irgendwie eine zahl gesagt oder sowas aber ich würde jetzt einfach mal aus der perspektive des spielers der neue dazukommt sagt so ab level 40 dann sieht man noch von manchen so ein bisschen die rücklichter ist nicht ganz weit abgeschlagen aber man ist halt auch vielleicht schon so weit drin dass man halt auch ein bisschen mitreden kann ansonsten steht alles hier oben drin anfragen über über line empire unterstrich connor und ansonsten eigentlich nur die einzige pflicht ist der titan ja und sonst einfach wachsen spaß haben spielen aktiv sein und fertig ganz einfach so allianz ist aber voll die erste ist auch voll dennoch anschreiben habe ich ja gerade gesagt ist immer immer eine gute sache immer mit den leuten reden was kann ich empfehlen so die höllen gut ach guck dir das an wunderbar sehr sehr schön ja die höllen gut dass es auch so eine truppe lange lange fast nur die hälfte und dann zack haben sie eine fusion gemacht und jetzt sind sie voll das ist genau das das ist das was ich mir was ich mir wünsche nicht eine fusion aber generell dass die allianzen voll werden wir haben übrigens noch mal an der stelle die fusion avaria fighters und best mates hat stand jetzt funktioniert ja wir haben jetzt einen neuen namen das werden wir uns dann angucken in dem werbeblock wenn es dann soweit ist aber freut mich natürlich auch sehr dass das bisher alles funktioniert hat sehr gut so höllen gut freizeitalianz titan pflicht krieg freiwillig ab sechs folge levelten teams das sind in der regel vier sterne fünf sterne only german line id aldea 76 prinz eisenerz oder natron 7 4 alles wichtige was man wissen muss was ein bisschen tricky ist immer ist freizeitalianz manche machen es halt sehr freizeitmäßig dass sie sagen jo bei uns ist auch der der titan freiwillig hier haben wir zum beispiel eine titan pflicht manche sagen jo wir machen bei der allianz quest um mythischen titan darf jeder so machen wie er möchte oder kann jeder so machen wie er möchte ja ob bei mythischen titan alle angriffe gemacht werden ist egal wir erreichen da eh nichts manche freizeitalianzen sagen aber doch wir wollen schon dass die leute ich sag jetzt mal neun angriffe seriös versuchen oder machen und die anderen drei ist okay wenn dann nichts mehr geht dann ist nicht schlimm dann wie auch immer oder manche sagen wir machen sechs angriffe voll auch mit items und sowas um dann da ein bisschen wie ein bisschen was machen zu können oder allianz quest wollen wir safe die legendäre stufe freischalten das da muss man also das will ich damit sagen man muss bei freizeitalianzen immer vorher fragen sowieso vorher reden ja aber bei freizeitalianzen sowieso vor allem auch wenn man selber vielleicht irgendwelche speziellen ziele hat wenn man jetzt sagt ja vorher konnte ich bei meiner allianz sind wir über episch nicht hinaus gekommen jetzt will ich aber mal legendär machen und geht in eine freizeitalianz und die handhaben das vielleicht dann genauso schwierig dann sollte man vielleicht vorher erst mal fragen jo was ist denn da eure zielsetzung ich würde das gerne so und so oder ich würde gerne das und das in zukunft schaffen vielleicht kommt man überein vielleicht auch nicht ja da muss man halt weiter gucken aber damit man gar nicht dieses dieses risiko hat ich gehe da rein weiß überhaupt nicht was mich erwartet weil ich mich vorher nicht informiert habe das läuft nicht so wie ich mir das vorgestellt habe also gehe ich das kann man dann schön ausmerzen dann haben wir gar nicht dieses problem dass leute reinkommen und direkt wieder gehen also dementsprechend vorher einfach mit den leuten mal ein bisschen quatschen das kostet wenn die leute online sind und man sie mal erwischt dann im stück und das vielleicht ein paar fragen die kann man in einer nachricht machen und dann kriegt man mit der nächsten antwort alles was man was man wissen will hier haben wir möchten sie ihre systemleistung erhöhen nein danke es läuft alles also von daher einfach da mal so ein bisschen kommunikativ sein dann sollte das auch mit der allianzfindung eigentlich kein problem aber sehr schön höllenbrut auch voll ach so ja was wir noch mal eben als eckdaten noch sagen können titan aktuell acht bis neun sterne krieg ist freiwillig das sehen wir dann da oben auch schon die gegner im krieg 4700 bis 5000 ja das ist immer so wer wer nimmt daran teil dem große spieler daran teil dem kleinere daran teil dann wird das natürlich entweder stärker oder schwächer wir haben eine monatliche tank rotation also alles jede tankfarbe möglich leihen ist keine pflicht ist wäre aber von vorteil überall wo freiwillig ist auch hier krieg freiwillig klammer auf wäre aber schön wenn du daran teilnimmst klammer zu es wird keiner gezwungen aber es sieht natürlich schöner aus wenn wenn man 30 leute hat und alle 30 neben am krieg teil ist natürlich eine coole sache aktivität im chat wer wer schon gut vor allem für neulinge weil das ist halt so eine sache wenn jemand neu reinkommt wird begrüßt hallo wie geht's dir wo kommst du her was also wo kommst du her von welcher allianz jetzt nicht natürlich vielleicht auch aus welchem bundesland oder weiß der geier was aber man antwortet halt einfach nicht wenn man reingeht und dann ist man erstmal für 12 stunden offline nicht gut ja deswegen da achten die dann auch schon ein bisschen drauf manche machen das sogar so wenn wenn der neuling nicht bis dann und dann mal was geschrieben hat dann wird er direkt gekickt weil es ja als nicht zuverlässig angesehen wird ja kann ich auch verstehen klar wenn du neu reinkommst dann willst du eigentlich mal sagen wer du bist und was geht ab und hier bin ich und so spotlight on me so ungefähr also von daher wenn man neu in eine allianz kommt vielleicht dann nicht nur reingehen und dann das handy weglegen sondern dann mal auch eine halbe stunde noch investieren und sich die ganzen fragen stellen vielleicht auch ganz gut genau bei abwesenheit bescheid geben ja also das ist auch noch mal so eine sache wenn man nicht nur hier sondern auch generell wenn man irgendwie mal offline ist für ein paar tage oder für für einen tag nur ja je nachdem wie hoch man spielt muss man schon bei einem tag dann dementsprechend bescheid sagen das denke ich mal eigentlich klar und allianz quest auch noch genau da haben wir noch die info dass es bis legendär hier gespielt wird also man kann die allianz quest komplett spielen und versuchen maximale punkte für sich jetzt gleich mal rauszauern für seine persönliche belohnung okay aber an sich höllenbot voll trotzdem anschreiben und dann mal gucken wie das das aussieht bei denen so die schnitzel jäger tada 25 von 30 wir haben also fünf freie plätze der hohen kobold grüßt von oben sehr schön ja ich weiß auch wer sich dahinter verbirgt zweimal dumize ist auch schön und gewinnen das ist nostalgie freunde das ist nostalgie die war unschlagbarer tank als ich angefangen habe da gab es noch keine embleme noch keine limit breaks gefühlt einmal die woche ein angebot ein challenge event was einmal im monat kam in der rotation mehr nicht mehr war da nicht gute alte zeit man sieht was heute los ist heute hast du jeden tag 45 angebote sehr schön aber auch interessante oder gute defensiven hier elementare die fans down mana cloud dodge geht auf alle noch mal elementare die fans daun auch clever gemacht ja die stärkere nach rechts zu packen das heißt wenn die ersten auslösen was ich vielleicht überlegen würde das ist aber nur kleines feintuning ne elkan vielleicht mit domitia tauschen das hat einfach den grund es mit der farbe ja das ist halt ob die beiden jetzt nebeneinander stehen oder nicht ist da wird sowieso viele mit gelb reingehen aber der vorteil ist halt hier elkan geht auf alle domitia auf drei und wenn die vorher hier auslösen dann kann es sein im schlimmsten fall sagen wir jetzt einfach mal dass du den linken flügel die mitte und den rechten flügel noch hast sondern hast du halt das problem dass domitia in dem fall wenn sie ganz hinten steht nur noch eintreffen kann wenn jetzt elkan aber nicht vorher auslöst steht vielleicht noch eine seite also mitte rechter flügel rechte 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 flanke also tank flanke und dann der flügel dass domitia auf alle drei gehen könnte elkan geht sowieso auf alle deswegen würde ich die helden die auf alle gehen immer ganz zum schluss machen wenn es wenn es von meiner geschwindigkeit her und vom aufstellen her so sinn macht in dem fall hier würde es sinn machen würde ich jetzt mal persönlich sagen könnte man zumindest ausprobieren das wäre so eine sache weil wenn er auslöst dann kann es sein dass wirklich dann nur noch drei komplett verteilt irgendwo stehen und dann kann sie nur auf ein gehen wo sie vielleicht vorher dann auf drei hätte gehen können und er geht sowieso auf alle das wäre so überlegung generell nicht nur jetzt hier beim hoden kobold sondern auch der eigentliche hohen kobold ist ja ist ja zock das ist ja personifizierung von einem hohen kobold muss ich den mal angucken da weiß er ganz genau warum so also schnitzeljäger archons friends verbund ja sind wir wieder titan pflicht allianz krieg freiwillig aber sechs angriffe wenn man aufgestellt ist und das ist das ist ein bisschen kann man kann man immer so schlecht formulieren hier in dem banner aber krieg ist freiwillig wenn man aufgestellt ist in die angriffe pflicht wenn man sie nicht macht gibt es ärger kann bis zu einem kick führen rein theoretisch so tank ist blau alternativ lila ok also miriam waterpipe sobek name it und dann halt bera freya hulda panta bastet oberkahn kostümen weißer weißer auch die üblichen verdächtigen so bitte anmeldung über line in seferium 28 da sind wir beim kontakt mit gruppe heißt es gibt line gruppen so noch mal eben einmal ganz kurz eich und friends verbund wir haben glaube ich von der allianz anzahl her den größten verbund in empires ich bin nicht so sehr in der thematik dass ich dir jetzt genau sagen könnte wie viele es sind 15 16 17 irgendwie sowas in dem dreh durch die fusion ist natürlich jetzt obwohl das war ja eine fusion von einer die nicht da drin war und von einer die da drin war die sind zu einer okay das ist geblieben ja aber ich habe mit dem verbund so an sicher nichts zu tun das managen andere ich krieg halt dann nur immer gesagt so hier da ist eine neue allianz zum beispiel im verbund oder da wird fusioniert oder sowas das da bin ich immer einer der das dann gesagt bekommt und sagt jo alles klar okay habt da gut gemacht so ungefähr was muss ich tun als nächstes also ich habe da keine keine handhabe irgendwie drüber will ich auch gar nicht das ist das war damals von den leuten ein geschenk um zu sagen hier wir finden das super was du hier alles machst die arbeit die du reinsteckst die zeit die reinsteckt das ist so unser dankeschön deswegen will ich den da auch gar nicht reinreden das machen die alles selbstständig und das war zumindest damals auch eine sehr schöne sache und das ist schön wie sich das alles entwickelt hat wie viele da jetzt mittlerweile drin teilnehmen also wie gesagt von den wir haben ganz ganz viele allianzen da drin von allianzen die jeden aufnehmen bis leute die halt schon sehr weit oben spielen bis in die top 100 und dementsprechend dann halt nur solche leute aufnehmen die halt auch sehr stark sind das heißt egal welches level man hat oder welche stärke man hat in dem verbund findet man irgendwo schon seinen platz weil es halt breit gefächert ist wir haben nicht alle allianzen voll sehen wir jetzt auch hier aber das ist auch gar nicht so schlimm weil wir haben halt so eine vielfältigkeit drin dass es halt für jeden irgendwie schon was gibt wenn halt alle allianzen voll werden halt auch ein bisschen schade dann könnte man keine neuen leute mehr generieren und ich da irgendwie dann ein bisschen verbreiten aber natürlich das ziel ist es natürlich alle voll zu kriegen das denke ich mal gut okay also der hohen kobold thront wir gucken mal was haben wir bei den schnitzel jahren also eine free to play und low spende allianz das heißt also der großteil ist free to play oder wenn dann investieren sie wenig manche vielleicht auch ein bisschen mehr also das heißt jetzt nicht wenn man hier drin ist dass jetzt hier alle nicht nicht beschwören oder sowas dann auch hier zwei drei leute drin sein oder ein paar andere oder ein paar mehr die auch ordentlich geld da lassen das heißt ja nicht nur weil man so einer allianz beitritt dass man dann automatisch ein geld ausgeben darf oder sowas also wenn 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 man will kann man das machen aber das ist deswegen wichtig dass jetzt leute die viel geld ausgeben und hier reinkommen sagen jo komm wir hauen jetzt mal richtig rein das dann vielleicht von den 25 18 leute sagen jo wir geben aber kein geld aus wir sind ganz gechillt und deswegen dass man da nicht als dicker dicker payer jetzt reinkommt und sagt ja komm machen das jetzt mal damit man weiß hier sind auch welche dabei die dementsprechend sagen wir genießen die community wir spielen das spiel so gut wie wir es können ja haben versuchen das bis zu einem gewissen punkt zu respektieren wie auch immer und dann gucken wir einfach wie es dann läuft ja also ein bisschen leute die wirklich ganz ganz nach oben wollen ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt die perfekte adresse man sollte täglich aktiv sein klar weil titan ist pflicht da sollte man eigentlich überall bei in jeder allianz das ist und das gehört zum grundrepertoire dazu neben titan angreifen ist aktivität eigentlich so selbstverständlich krieg kann man daran teilnehmen dass es auch nichts neues wenn man 30 kampffähige helden hat das sind in der regel halt die vier sterne und die fünf sterne also auch nichts neues tank sehen wir oben blau alternative lila wenn man aufgestellt ist das steht auch alles im banner ich habe ja meine eigenen notizen deswegen wiederholen sich manche sachen wenn ich vorher erst das banner lese die angriffe im krieg sind pflicht das gehört jetzt nur so der vollständige teil war ne gegner im krieg um die 5000 also keine sind natürlich auch welche die dann weniger sind was kann auch mal sein dass da einer vielleicht 5 1 ist oder sowas hier haben wir zum beispiel 5 2 so und ich würde jetzt mal behaupten dass es maug nicht free to play ist weil er hat jetzt hier zwei helden die man mit geld liegen konnte oder mit helden münzen oder wie auch immer da braucht man nur schon viel glück man hat gesehen was ich geschworen habe und habe halt am ende nur eine miriam gekriegt ne deswegen kann natürlich auch glück sein eine 10er und boom haste beide aber ne da sieht man jetzt halt es ist jetzt 5200 wir haben frosty 5 1 sieht man auch hier sind auch zwei helden die ich nicht habe 30er truppen ne also die kann man auch mit münzen über mehrere jahre anhäufen aber vielleicht auch nicht ne also deswegen manche geben dann in bestimmten portalen geld aus das ist auch in ordnung so und wenn solche leute halt am krieg teilnehmen dann hat man halt auch dementsprechend stärkere gegner wenn die sagen jo wir nehmen wir jetzt nicht am krieg teil weil kann nicht dann wird der gegner natürlich auch ein bisschen bisschen schwächer soll sich ja angeblich alles angleichen wie das ist weiß ich nicht weil ich kämpfe als maximal 29 gegen 29 deswegen kann ich das so nicht sagen wie das ist wenn man jetzt mit 20 im krieg ist oder mit 25 weiß ich nicht ob das matchmaking dann vernünftig ist können ja mal reinschreiben ob das mittlerweile besser geworden titan haben wir 10 bis 11 sterne das ist ein bisschen stärker als der mythische titan allianz quest mythischer titan wird daran teilgenommen item nutzung ist aber keine pflicht also man kann zum beispiel bei mythischen titan so spielen wie man wie man möchte für die persönliche belohnung das ist das was ich gerade gesagt habe wenn man da vorher dann mal anfragt oder generell freizeitalienzen manche machen das so oder so hier haben wir jetzt zum beispiel eine item nutzung keine pflicht kann aber auch sein dass man bei einer anderen allianz sieht die vielleicht auf dem gleichen level ist wie die schnitzeljäger dass die sagen joe item nutzung sollte schon sein bei mindestens sechs angriffen oder sowas das muss man halt vorher alles so ein bisschen klären wenn man darauf wert legt seien gruppen gibt es haben wir hier oben auch schon stehen und ansonsten ja das ist das übliche man muss man sollte mit den leuten reden man sollte quatschen man sollte aktiv sein vielleicht auch ein bisschen ambitioniert den leuten ein bisschen helfen kommunikativ sein das ist das normale halt einfach ja das was für mich selbstverständlich ist und dann kommt man mit den leuten auch in der regel klar dann kann man wunderbar das spiel auf seine art und weise genießen sagen wir es mal so wir haben fünf plätze frei wer rein möchte das ist natürlich auch so man kann jetzt auch hier reingehen und ist alles super aber in einem halben jahr sagt man jetzt catcht mich das spiel doch schon mehr ich würde gerne ein bisschen mehr geld ersetzen ich würde auch gerne höher spielen dann kann man natürlich auch im verbund gucken okay wer was ist die nächst höhere oder wo spielen die wo spielen die und dann kann man natürlich dann auch da theoretisch innerhalb des verbundes wechseln weil man halt so breit gefächert ist von top 100 bis wir nehmen jeden auf und helfen jedem voranzukommen super sache also deswegen auch wenn man irgendwann sagt ich bin jetzt bei der spieler der dann jetzt hier hat der ist dann bei einer allianz die in der top 100 spieler sagt er bonnet das ist doch nicht das ist viel zu anstrengend was sei immer und jetzt ist hat sich das und das ergeben und ich habe jetzt gar keine zeit mehr ich gehe jetzt in eine die ganz ganz gechillt und ganz ganz einfach spielt dann kann man natürlich auch wieder in in allianz c wechseln ja das geht natürlich auch also man hat die möglichkeit natürlich wäre schön wenn man in einer allianz wo man dann drin ist und sich wohlfühlt auch bleibt aber es ist natürlich auch in der natur des menschen dass er sich vielleicht dann auch je nachdem wie ehrgeizig er ist in bestimmten situationen dann verbessern will und dann kann das auch sein man hat dann hier natürlich in so einem verbund die perfekte option dann mal nach oben oder nach unten zu gucken und dann dahin zu gehen dann wenn man kürzer treten will oder wenn man halt weiter oben randale machen will also von daher generell wäre es natürlich schön wenn man die schnitzeljäger so an sich vollkriegen aber solche optionen gibt es dann halt auch was ich nicht machen würde ist die allianz reingehen und sagen jo hier bin ich ich würde aber gerne da und da dann dann direkt spielen so wenn man also weiß was ich sagen will das ist dem entspann das ist dann nicht so geil dann kann können auch die schnitzeljäger dann jo was willst denn dann überhaupt hier dann muss man damit rechnen dass vielleicht so eine frage dann kommt wenn du dahin willst warum warum parkst du dich dann erst mal hier das ist natürlich auch doof aber das gibt es auch das noch mal als letztes wort wenn man irgendwo die die leute haben ja auch anforderungen und wenn man natürlich dann sagt jo ich würde gern zu euch die allianz ist aber voll oder man erfüllt noch nicht alle anforderungen dann kann man natürlich auch sagen okay eh schon mal in den verbund dann bist du da und wenn wir dann platz haben dann fragen wir noch mal an ob du dann kommen möchtest das ist so eine sache na dann sollte man aber vorher das sollte man das sollte vielleicht nicht vom spieler auskommen sondern vielleicht von der allianz an sich dass die allianz den vorschlag mal weil dann kann man sagen okay ich als spieler bin jetzt damit einverstanden wen wen empfiehlt ihr mir denn da und dann sagt die allianz jo ich frag mal bei den schnitzeljägern zum beispiel und wenn die schnitzeljäger dann sagen jo ist okay der kann kommen dann dann weiß jeder schon bescheid das ist viel besser als wenn der spieler einfach random reinkommt sagt jo hi hier bin ich bin aber nur kurz hier weil ich da und dahin gehen will nicht gut ja da muss man ein bisschen bisschen taktisches feingefühl haben und da müssen die richtigen leute mit den richtigen reden damit das auch seriös rüberkommt und vertrauens erwecken sonst geht das nach hinten los und dann will dich am ende gar keiner deswegen auch wenn so was ist die allianzen klären das untereinander ist am besten so pit und co 24 von 30 ja hier müssen wir auch noch mal ran sechs leute haben hier platz das wäre natürlich eine sache da arbeiten wir auch dran also folge dem credo nur aktive und loyale member gesucht pit 0901 line kontakt wichtig ähm wir sehen anhand der der anhand der nicht der stärke sondern der level dass viele starke dabei sind also es geht von ab level 50 sagen wir mal geht es los bis hoch zu level fast 100 ne 96 93 das heißt wir können hier schon sehen dass es im endeffekt keinen sinn macht als kompletter neuling hier anzufangen na weil wie gesagt machen wir jetzt einfach mal grob hier so ein daba drake ist jetzt äh das ab level 50 ne er ist jetzt im 53er bereich aber ähm wenn man jetzt abrundet dann ist hier das minimum aktuell so wie es aussieht level 50 jetzt kann man sich natürlich überlegen oder das sagt der gesunde menschenverstand wenn man jetzt level 20 ist das ist ein bisschen schwierig da da anschluss zu finden macht vielleicht nicht so viel sinn wir werden gleich sehen ab welchem level die assassins nehmen aber ich würde jetzt einfach von dem was ich hier sehe sagen so level 50 das ist so ich könnte mir vorstellen also von dem rein was ich jetzt sehe so ab level 45 40 45 sowas in dem dreh da wäre man dann schon so dass man ähm die anderen noch im blick hat na nicht zu weit abgeschlagen ist und ähm dementsprechend auch anschluss finden kann so und jetzt haben wir die vorgabe von den new assassins ab level 40 also wäre in dem fall meine vermutung richtig wenn es jetzt keine wirkliche vermutung war weil ich ja das vorher schon wusste ne aber so so kann man sich das auch ein bisschen herleiten ob man da rein passt das ist eine sache die andere sache ist man guckt sich die defensiven an ne das ist auch so eine sache wenn man jetzt überlegt passe ich da rein oder nicht das kann man vorher alles machen man nimmt dann den mit dem höchsten karriere level guckt dann okay das ist ja jetzt mehr so eine fun defensiven ne das ist jetzt kann es jetzt schwer sagen weil äh hier ist jetzt eine 30er truppe jetzt sind die anderen truppen die sieht man jetzt in den in den äh in der jeweiligen farbe aber das ist jetzt keine äh um jetzt zu gucken das ist eine rainbow defensive wäre jetzt so das das maßgebende ne also ich würde sagen man nimmt dann den mit dem mit dem höchsten karriere level den mit dem kleinsten dann auch den leader vielleicht den können wir uns jetzt mal eben angucken einmal so naja und dann sehen sieht man halt schon 30er truppen break the hellen 5170 so wenn man jetzt sagt okay den hält kenne ich nicht den kenne ich aber das aussehen wundern mich ich kenne da nur ein anderes aussehen weil man nur die normale version kennt ähm den habe ich vielleicht einmal gesehen den auch noch nicht so wirklich keine ahnung ne dann und meine truppen sind auf level 10 dann kann man eventuell schon so sich so ein bisschen selber herleiten okay wenn ich mir ihn jetzt angucke ist es bin ich da vielleicht zu weit hinten weil manche helden kenne ich nicht truppen sind ganz weit weg ne ähm dann sagt man okay also anführer ist noch eine sache ne der der geht voran gucke ich mir mal den nächsten an sehen wir jetzt einfach mal hier level 71 skycam okay auch der held den ich noch nie gesehen habe den kenne ich auch nicht habe ich mal gesehen kenne ich nur eine andere variante die normale ne truppen ja gut da kommt da da sehe ich jetzt schon so ein bisschen anschluss so und dann guckt man sich vielleicht dann noch mal den ganz kleinen oder den kleinsten dann an sagt okay hier jo der spricht meine sprache was die truppen angeht die helden kenne ich auch soweit ja hier dreimal season 1 und so und dann muss man sich halt selber überlegen okay gesamtpaket macht es sinn für mich da anzufragen oder bin ich ganz weit unten bin ich äh bin ich dann so einer der dann ähm sagt okay challenge accepted ich bin der der kleinste ich versuche aber schnell ranzukommen oder ist man halt vom charakter so ein typ dass man der allianz direkt helfen muss ansonsten kommt man sich ja weiß ich keine ahnung wertlos vor oder weiß der geier was und verlässt dann die allianz wieder ne das sind so viele faktoren die da rein spielen aber anhand des karriere levels und anhand der defensiven kann man zumindest schon mal vorab abchecken ob es hinhaut oder nicht theoretisch und dann kommen natürlich die ganzen kleinigkeiten noch dazu erreicht man das vorgegebene level gruppen level helden level wie auch immer und passend passt der rest der sache aber so kann man da rangehen bevor man überhaupt jemanden anschreibt kann man schon eventuell ausschließen ob die allianz äh vielleicht nicht doch passt ja und äh dann braucht man sich das anschreiben auch eventuell gar nicht äh muss man das vielleicht auch gar nicht erst machen wenn man sieht ja die sind alle sowieso viel zu stark in der regel sage ich immer schreib trotzdem an schlimmste was passieren kann ist ein nein oder ähm wir kennen da jemanden der sucht auch weiß nie es gibt die dollsten dinger manchmal ist die welt kleiner als man denkt so wir haben hier 14 sterne titan bei den new assassins wir haben eine titan pflicht mit einem mindestschaden von 120.000 das sind jetzt auch so sachen ne wenn man jetzt ein kleiner kleinerer account ist dann muss man da auch schon überlegen okay das ist natürlich ne wenn jetzt einer mit äh level 40 oder plus 40 reinkommt erwarten die jetzt nicht dass der jenen titan die großen boss reinballert ne das ist auch klar Krieg ist freiwillig Teilnahme wäre aber wünschenswert ne das sage ich ja auch immer bei Aufstellung müssen sind die Angriffe Pflicht es gibt eine Hauptangriffswelle muss man nicht dran teilnehmen wäre aber auch gut ja dass man zumindest da mal guckt wie es da läuft ähm wir haben hier das Schema ähm dass die großen die großen angreifen die kleinen eher die kleineren und die kleinen auch clean macht Sinn wenn man eine Allianz hat wo es große und kleine gibt in einer Allianz wo es nur große gibt da muss halt dann jeder selber clean ne weil die anderen haben halt auch genug Helden um theoretisch sechs One-Shots zu machen und hier wenn es halt größere und kleinere gibt dann macht das halt keinen Sinn wenn der Große dann sich selber clean wo dann vielleicht nur noch wo auch drei Sterne Helden reichen würden rein theoretisch weil da nur noch einer steht mit 20 Lebenspunkten oder so das machen dann die Kleinen ähm Laien ist vorhanden ja das äh da gibt es die Laiengruppen deswegen da auch Pit einfach mal anschreiben der kann dann da auch einladen äh für den Krieg zum Beispiel ne oder generell ne Labergruppe und sowas ähm ab Level 40 das haben wir schon gesagt ne Teamstärke von 4400 sollte es auch mindestens sein mythischer Titan und Allianz Quest sollten auch gemacht werden ja wie da die konkrete Vorgabe ist wird man dann sehen aber im Endeffekt erstmal so das Beste machen was man kann damit man nachts gut einschlafen kann und es gibt auch eine Allianz für die Leute die Pause machen wollen oder vielleicht auch für Anwärter ne das weiß ich jetzt so nicht da können wir mal eben einmal ganz kurz gucken das kennen wir auch schon da haben wir auch immer mal wieder reingeguckt das sind die Assassinen ähm da sind aktuell 12 drin so das sind jetzt zum Beispiel Leute ähm die womöglich äh aktuell pausieren ne oder vielleicht jetzt auch sagen wir jetzt mal äh weil es jetzt passt Kryptor 1 und 2 und der zweite Account womöglich vom Endgegner hier ne dass die vielleicht hier auch da sind um dann ähm irgendwann wenn sie vielleicht groß genug sind dann halt auch da da hoch zu kommen oder jetzt äh weiß ich nicht keine Ahnung dass äh der Barbar-Doc vielleicht kurz davor steht ähm hochzurutschen ne also hier ist praktisch so die die Truppe die die pausieren vielleicht die bisschen vielleicht auch ein bisschen chilliger einfach nur angehen wollen kann ja auch sein oder halt auch die Leute die denen noch vielleicht ein kleiner Touch fehlt um zu den New Assassins hochzurutschen ne das ist also auch hier praktisch ähm das Ausbildungslager könnte man jetzt vielleicht so sagen ne für die New Assassins und bei den New Assassins sehen wir halt dass wir da 6 Plätze frei haben da hoffe ich dass wir die auch zeitnah befüllen können ok gut weiter geht's die Swiss Elite Fighters da sind sie die Fighters hier haben wir eine Besonderheit die sind nämlich auch oder die die sind in diesem Block die einzige Allianz die auch Leute U18 aufnehmen also wenn jemand dieses Spiel spielt und äh Sohn Neffe also wer auch immer ähm das Spiel spielen will und äh oder Enkel theoretisch ja ähm oh ist ein neuer Avatar ok da muss ich mal gucken wo man den herkriegt sehr interessant ähm für die ist natürlich auch ne ne U18 Allianz ne super Sache ja ich hab ich hab glaube ich insgesamt zwei bin mir aber nicht sicher aber jedenfalls sind erstmal generell alle Allianzen die ich vorstelle U18 wenn sie U18 sind sage ich das explizit und hier ist es halt so hier sind sie U18 ähm das ist natürlich auch ne coole Sache ja also hier wird dann dementsprechend auf äh den Umgangston geachtet hier werden wahrscheinlich auch nicht ähm permanent neue Helden gepostet damit gar nicht die die dann kein Geld einsetzen weil sie U18 sind ja ähm dass sie dann sagen oh scheiße der hat jetzt schon wieder hier und da und ich fühle mich hier unwohl und was auch da wird vielleicht vielleicht gibt es auch ne extra Gruppe wo dann äh Leute ihre ihre Helden posten weiß man nicht ne kann ja sein und ähm ja aber das ist das ist zumindest die Besonderheit der Swiss Elite Fighters Titanpflicht Krieg wenn der Haken äh der Haken gemacht ist sechs Angriffe Pflicht Line ID Keeper unterstrich 7 3 und Partnerschaft mit den Thunderclouds die Thunderclouds kennen wir die haben auch die Werbung hier bei mir und das ist natürlich auch ne super Sache so ne so ne Partnerschaft zwischen Allianzen ähm kann ich auch nur empfehlen ja man hilft sich wenn äh das so ist das vor allem ähm also im Optimalfall um mehr abzudecken mehr Spiele abzudecken ist es halt so eine gute Allianz und eine die etwas ähm niedriger spielt ich will jetzt nicht schlecht sagen das hört sich ja doof an ne äh weil dann kann man das nämlich auch so machen ähm wenn bei der stärkeren Allianz Leute anfragen die vielleicht noch nicht stark genug sind dass man sagen kann yo hier wir haben ne ne Partner Allianz da kannst du dich ähm verbessern da kannst du erstmal noch auch nochmal spielen vielleicht auch weil du vorher ähm ich sag jetzt mal nur nur um Beispiel zu du hast vorher Top 1000 gespielt bei uns würdest du jetzt Top 100 spielen der Schritt ist vielleicht ein bisschen zu groß geh in die andere Allianz die spielt Top 500 da kommst du da hast du schon mal die nächste Stufe der Schwierigkeit was Kriegsgegner angeht ne so zum Beispiel also der Vorteil dabei ist halt man kann selbst wenn man voll ist dann noch sagen jo wir helfen aber unserer unserer Partner Allianz äh entweder dass die Leute dann da fest bleiben oder dass man dann halt selber wenn man sagt jo wir haben jetzt ja einen freien Platz dass dann dass dann derjenige der vorher bei der stärkeren Allianz oder bei der anderen Allianz spielen wollte dass der dann wieder hin und her wechselt ne das sind alles so Möglichkeiten äh man hat mehrere Optionen und das ist eigentlich ne ganz coole Sache hilft natürlich auch die Spieler zu halten ne weil wenn man alleinstehend ist in der als Allianz und dann kommt einer an und sagt jo hier ich würd gern ah das passt aktuell nicht oder wir sind gerade voll dann sagt der okay ciao so und dann siehst du nie wieder außer der ist halt wirklich so weil er drei vier Leute da kennt dann würde er das wahrscheinlich schon am Anfang ansagen und dann würde man auch mit dem wahrscheinlich im Kontakt bleiben wenn er wirklich dahin wollen würde aber in der Regel sind die Leute dann weg und man sieht sie nie wieder und wenn man halt Gruppierung hat äh oder zumindest eine andere Allianz dann kann man da äh den irgendwie schon von halten ne so genau was haben wir noch Titan haben wir schon gesehen Krieg haben wir auch schon gesehen wir wissen dass sie U18 ist Real Life geht natürlich immer vor das ist in jeder Allianz so da wo es nicht so sein sollte wo das Spiel vor dem Real Life steht direkt bitte verlassen das macht keinen Sinn ähm aber die sind ja auch Competitive unterwegs so das heißt das ist hier anscheinend ne ne sehr gute Mischung hier muss man dann auch fragen jetzt Competitive ist ein sehr dehnbarer Begriff ja für mich ist ein Competitive schon wenn man jeden Tag spielt wenn man äh farmt wenn man levelt wenn man Embleme vergibt wenn man sich allein schon Gedanken macht welchen level ich als nächstes macht der hier und da sind ähm ne ein Break Game oder ähm weiß der Geier was also Competitive heißt bei mir jetzt nicht äh den neuesten Helden beschwören sondern halt äh was bei seinem Account machen vorankommen und sei es einfach nur wenn man Helden 20 Level levelt dann ist man auch schon vorangekommen da muss man natürlich gucken wie interpretieren die Allianzen Competitive oder ambitioniert sein ne also muss man immer so ein bisschen abwägen vielleicht dann auch mal fragen was damit gemeint ist Teamstärke ist egal also hier gibt es keine Einschränkung was Teamstärke angeht ähm wir haben auch keine Vorgabe was das Karriere Level angeht und natürlich wenn wir auch bei U18 das habe ich gerade schon gesagt es wird ja auch keiner gezwungen Geld auszugeben und die Leute die kein Geld ausgeben finden hier auch gut Anschluss und das heißt wir sehen halt hier sind auch kleinere Accounts dabei und da wir keine Einschränkung von dem Karriere Level haben kann man eigentlich sagen hier kann jeder rein so und äh egal ob U18 ob U18 egal ob Level 24 oder Level 90 egal ob man 5 Euro im Monat oder 0 Euro im Monat ausgeht oder 2000 jeder kann hier rein das ist eigentlich eine ganz gute Sache und das ist auch nicht mehr eine schöne Sache die kleinen fragen die großen dann was und die großen müssen dann vielleicht teilweise auch mal überlegen weil sie sich diese Frage damals erst gestellt oder damals gestellt haben als sie angefangen haben das jetzt nicht mehr so relevant war müssen da vielleicht nochmal drüber nachdenken erkennen dadurch dass sie darüber nachdenken vielleicht noch andere Parallelen zu ähm anderen Dingen wo sie sagen jo da hab ich mir gar keine Gedanken mehr drum gemacht also das ist auch immer eine schöne Sache so einen Austausch zu haben ähm merke ich halt selber auch also ich werde ja auch häufig angeschrieben was deine Meinung hierzu dazu und so weiter ne und äh wenn ich mir da Gedanken drüber mache dann erkenne ich auch manchmal oh jo da hast du schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht oder da hast du dir noch gar keine Gedanken drüber gemacht weil ne manchmal ist es ja so ähm dass ich nie gegen Helden spiele gegen die manch andere spielen weil die halt auf dem Top 25 ähm nicht zum Vorschein kommen ne und dann ist das halt auch so dass ich dann manchmal sage jo was macht der nochmal überhaupt weil den hab ich damals gesehen im Portal aber dann nie wieder ne auch nicht im PvP oder sonst wo und ähm das ist dann auch immer ganz spannend also da ähm kommen dann auch manchmal interessante Dinge zum Vorschein so also vier Plätze frei ja wäre natürlich schön wenn wir da auch äh vorankommen würden bei den Swiss Elite Fightern dass wir die wieder voll kriegen okay so vier Stück haben wir noch Ducks of Doom okay so wir sind im Archons Friends Verbund we are Ducks of Doom quack quack join us if you like Ducks ID Ratislav oder Mojo 7 8 ER also 78er ein Platz haben wir frei wir sind im Verbund drin und dann müssen wir natürlich bei Ratislav einmal gucken okay 30er Truppen interessante Konstellation lassen wir mal so oh Level 106 Dino ah da ist sie eigentlich muss ich ja Season 5 beschwören für sie Miststück ist das okay also ein Platz haben wir frei bei den Ducks of Doom wir haben Titan Pflicht 12 bis 13 Sterne also da sind wir schon echt gut dabei es wird kein Mindestschaden vorausgesetzt also gerade hatten wir 120.000 hier ist jetzt kein Mindestschaden aber natürlich je nachdem wenn einer notorisch weiß ich nicht 40.000 macht oder sowas dann wird vielleicht dann da irgendwann mal nachgefragt hey jo wie greifst du denn an zum Beispiel oder können wir dir helfen ne Krieg ist optional Teilnahme wäre wünschenswert ja also das kennen wir schon es ist keine Pflicht am Krieg teilzunehmen es wäre aber umso schöner je mehr dran teilnehmen einfach desto stärker sind natürlich auch die Gegner desto größer die Herausforderung und so weiter ne der Ansporn macht also Sinn Tank ist lila Laien wäre von Vorteil haben wir da oben schon stehen Ratislav oder Mojo Vorteile sind halt wenn es passiert immer wieder dass irgendwelche Leute was aus der Beta rausschleppen was dann auf einmal die Runde macht komplett es soll ja eigentlich nicht die Runde machen weil die Beta Leute es ja prinzipiell nicht austragen sollten in der Regel aber es machen halt viele und da hat man natürlich bei Laien den Vorteil dass man so dann vielleicht auch mal so ein Sneak Peek kriegt auf die Helden die vielleicht rauskommen natürlich auch bei Events ja wenn dann es gibt ja Leute die machen ja unfassbare coole Grafiken für Events oder für saisonale Events oder die Kalender und sowas die kann man dann alle auch bei Laien halt dann schon sehen und dann sich so seinen Plan machen als wenn man sag ich mal so in den Monat hinein ja lebt sag ich mal also man kann dann ein bisschen planen und ja das ist halt der Vorteil von Laien also kann ich nur empfehlen Allianzke ist ein mythischer Titan jeder wie er kann also da ist auch keine krasse Zielsetzung sondern wie es jedem halt möglich ist dass er auch völlig in Ordnung ist wenn man natürlich sieht wir sind nur kurz vor der nächsten Stufe beim mythischen Titan ja also Allianzke ist gehe ich von aus dass hier die das bis legendär gespielt wird aber beim mythischen Titan vor allem wenn man dann sieht ja wir sind kurz davor in die nächste Stufe dann machen wir das oder versuchen wir uns zumindest Aufnahme ab Level 50 wir haben keine Vorgabe was Truppen angeht oder was Helden angeht das einzige wäre ab Level 50 und das sehen wir hier auch ne da sehen wir auch hier ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel dafür dass das alles Richtwerte sind ja also natürlich kann es auch sein dass Vasyan vorher schon da war bevor das mit Level 50 kam oder ist jemand den oder erkennt jemanden aus der Allianz der gesagt hat jo der ist der ist gut der ist vertrauenswürdig der ist auf den kann man sich verlassen der ist zuverlässig ne aber generell die ganzen Sachen die ich sage alles Richtwerte das heißt wenn ich sage ab Level 50 dann kann man auch ab Level 46 mal anfragen ja also das ist nichts Schlimmes oder so vor allem wenn man jetzt teilweise so manche manche krassen Leute sieht die Level 30 sind oder was auch immer und schon gelimit breakte Defensive haben mit den top aktuellsten Helden und 30er Magic Troops da sagt dann auch ne Allianz jo wir suchen ab Level 50 der ist Level 30 hat aber schon die beste Defensive von uns allen den nehmen wir trotzdem die Gefahr dass der geht ist da klar aber ist halt schwierig ist halt schwierig zu sagen ab wann passt das genau und so ne also ja da kann auch Geld einmal 20 Level aufwerten sozusagen wenn man es mal so so nennen möchte na also Ausnahmen gibt es immer ok ein Platz frei bei den Ducks auf Doom falls da noch irgendwelche weil ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt ihr Ducks dann raus damit dann werde ich das beim nächsten Mal noch noch einfügen weil es vielleicht noch irgendwelche weiteren Sachen sind die bei der Aufnahme wichtig sind aber hier steht erstmal ab Level 50 ein Platz frei weiter geht's und macht die Ducks voll bitte 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 macht sie alle voll so die Nordis macht die bitte auch voll bitte oder bitte eins von beiden so Titanpflicht Krieg sechs Angriffe wenn Haken gesetzt Laien Manuki Heba ok das sind erstmal die Informationen die wir haben Titanpflicht Krieg wenn man aufgestellt ist sind die sechs Angriffe Pflicht und wir haben den Laienkontakt so das ist erstmal das wichtigste was wir brauchen dann sehen wir wir haben acht freie Plätze ok bietet sich auch an für eine kleine Gruppe ja also wenn man jetzt selber Leader ist von der Allianz wo zehn Leute drin sind und davon sind fünf aktiv oder so was oder vier aktiv gleich mal Ego beiseite packen und sagen komm wir gehen als Gruppe jetzt in eine andere Allianz dann haben wir da mehr Spaß weil das ist ja das Ding für die Nordies würde sich in dem Fall ein bisschen was ändern von 22 auf 27 zum Beispiel aber für die fünf die dazukommen das ist also ein komplett anderes Spiel auf einmal die haben viel stärkere Titanen die haben wenn sie im Krieg teilnehmen sind das komplett andere Gegner mit vielen anderen Helden die sie vielleicht vorher noch gar nicht gesehen haben im Krieg oder gar nicht wussten dass sie sich da eignen im Krieg also das ist ein komplett anderes anderes Spiel für die Kleinen deswegen profitieren die Kleinen deutlich mehr davon als die größere Truppe der Allianz die vorher da war also deswegen nochmal der Appell auch an kleinere Leute an kleinere Truppen Truppen in der in einer Allianz Ego beiseite packen Leute nehmen und einfach dann das Spiel genießen wenn man sagt ich war vorher da Leader ich hab auch ein bisschen Ahnung wie man das und das macht dann kann es auch sein dass die Leute sagen jo dann machen wir dich irgendwann wenn ihr euch eingefunden habt und sowas und wir sehen dass alles läuft machen wir dich zum Vizeanführer zum Beispiel dann kannst du auch ein bisschen mitentscheiden wenn in der Leadership Gruppe also in der Führung dann irgendwelche Sachen besprochen werden dann darfst du da auch mitwirken vielleicht auch als Repräsentant dieser kleineren dazugekommenen Gruppe man weiß ja nie wie das alles dann strukturiert ist aber das geht natürlich auch also deswegen manchmal ist es sinnvoller loszulassen und einen Neuanfang definitiv und das ist halt vor allem bei den Leuten die halt dann relativ klein sind da macht das halt dann auch Sinn ansonsten eine chillige Allianz die natürlich auch ein bisschen ehrgeizig ist sieht man auch wir haben hier Leute die schon lange spielen dementsprechend haben die vielleicht auch persönliche Ziele bei bestimmten Events wir haben 9 bis 11 Sterne beim Titan liegt dann wahrscheinlich so ein bisschen an der Farbe und ob es selten ist und wie auch immer wann der spawnt aber 9 bis 11 Sterne das ist schon mal eine gute Sache ist so ein mythischer Titan kann man so sagen vielleicht manchmal ein bisschen schwächer manchmal ein bisschen stärker aber in der Regel Voraussetzung ab Level 40 weil sonst ist es dann vielleicht dann doch zu klein Ronny kann jetzt so ein Kandidat sein auch wieder kennt jemanden war vorher schon da vielleicht auch haben sie ihn jetzt reingenommen weil sie gesagt haben wir haben ja sowieso noch Platz deswegen sehen wir das mit ab Level 40 noch nicht nicht ganz so eng aber wenn jetzt einer anfragt der Level 35 ist kann der auch rein alles Richtwerte das ist ja auch so eine Sache je mehr Platz ist in der Allianz desto mehr hat der Spieler der rein will natürlich auch so ein bisschen das Verhandlungsgeschick auf seiner Seite wie man sagen kann ja ich bin ja zwar sieben Level drunter aber ihr habt ja Platz also habt ihr ja nichts zu verlieren ich nehme ja keinem Außenspieler den Platz weg deswegen das sind dann halt auch noch so Faktoren die da mit rein spielen finde ich auch in Ordnung dass man dann solche Leute dann halt auch rein lässt macht definitiv Sinn Gegner im Krieg sind zwischen 4000 und 5200 also breit gefächert das eine Minimum das andere Maximum irgendwo dazwischen befinden sich die Gegner kommt natürlich dann auch drauf an weil Krieg ja noch oder Krieg ist freiwillig wenn jetzt sage ich mal hier Mertl nicht mitspielt und Mad Max nicht mitspielt und Flaming dann mal auch sagt ich brauche eine Pause dann sind natürlich schon drei gute Accounts oder hohe Accounts weg dann kann es sein dass die Gegner halt dann dementsprechend ein bisschen schwächer werden Tanke orientiert sich nach der Farbe des Monatshelden auch eine nette Sache ja da gibt es auch ein bisschen Abwechslung Allianz Quest wird bis legendär gespielt und mythischer Titan macht jeder so gut wie er kann also das ist halt solange die Allianz nicht voll ist ist es halt auch schwierig jetzt konkrete Vorgaben beim mythischen Titan zu geben warum sagen wir wir machen jetzt Platzierung so und so oder versuchen da hin zu kommen hat ja schon man hat ja schon einen Nachteil wenn man einfach da wenn da zwei drei Leute fehlen und mythischer Titan ist auch mittlerweile echt competitive genauso wie Allianz Quest da wird gefühlt jeder in die Top 100 das wird halt immer immer kniffliger und hier wird halt Allianz Quest bis legendär gespielt also man kann sich da komplett austoben und ansonsten haben wir die acht Plätze frei es war halt nur zusehen dass wir da an Leute rankommen das wäre natürlich eine super Sache daran müssen wir arbeiten also Freunde rein da wenn jemand jemanden kennt der in der kleinen Truppe ist rein da und Bescheid geben sagen hier guckt ihr die mal an oh Reineke da sind wir auch im Icons Friends Verbund eins der neueren Mitglieder im Verbund Bild geschickt und bissig nicht zu nah an unseren Fuchsbau es könnte gefährlich werden ei 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 so Leinenkontakt ist dann FLW Putti 1.0 das ist natürlich auch schön macht Kaputnik könnte eventuell Putti Putt ich sehe so ein bisschen den Zusammenhang eventuell gut also wir haben Leinenkontakt und haben auch eine Kriegsstatistik mehr haben wir erstmal nicht ist auch in Ordnung wir wissen noch es sind drei Plätze frei und für den Rest bin ich jetzt zuständig für die restlichen Informationen generell natürlich wenn man Interesse hat Leinenkontakt nutzen anschreiben jo wie sieht es aus was habt ihr für Vorgaben das 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 und das wenn man mir nicht zuhört geht natürlich auch und natürlich sage ich vielleicht auch nicht alles was jeder Spieler der in eine neue Allianz gehen möchte wissen möchte vielleicht will er noch spezielle Sachen haben dann alles alles gut so und dann gucken wir mal also die also Reineke ist eine Top 1000 Allianz wenn sie voll sind also auch nicht allzu schlecht unterwegs wir haben 13 bis 14 Sterne Titanen teilweise bis zu den stärksten Titanen die wir haben mythischer Titan ist auch Top 1000 das Ziel natürlich je voller desto besser jetzt so realistischer ist es und so leichter ist es sag ich mal da rein zu kommen Krieg ist keine Pflicht aber es wäre sehr schön wenn alle immer daran teilnehmen würden man kann sich abmelden vom Krieg aber das sollte nicht permanent sein also wenn man wenn man mal sagt ja ich kann jetzt weil ich im Urlaub bin an 2-3 Kriegen nicht teilnehmen dann ist das in Ordnung wenn man aber reinkommt und sagt nee ich möchte gar nicht an Kriegen teilnehmen das ist schlecht also man sollte auf absehbare Zeit kontinuierlich am Krieg teilnehmen aber sie sind halt nicht so dass sie jetzt sagen jo Krieg ist Pflicht und wenn du nicht daran teilnehmen kannst dann musst du sogar vielleicht für die dann aus der Allianz raus weil wir dann einen holen weil wir Teufel komm raus auf 30 spielen wollen so ist es nicht ne also so krass ist es dann nicht aber es wäre halt schon gut wenn man am Krieg teilnehmen weil die wollen halt schon mit der Maximalanzahl den Leuten die zur Verfügung stehen halt den Krieg bestreiten was ja auch völlig legitim ist Allianz Quest ist das Ziel auch die Top 1000 da muss man natürlich jetzt noch die fehlenden Mitglieder halt generieren dann wird das auch alles realistisch weil es wird halt alles immer komplizierter und schwieriger ja Allianz Quest spielen aber auch alle mit also das Ziel ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen sondern das ist realistisch und wenn alle an einem Strang ziehen dann erreichen sie das auch deswegen wäre eine Allianz wo wir schon wie soll ich das sagen ein bisschen Zug drin haben also es gibt ja auch Leute die die Führung so brauchen dass Leute sagen so wir machen das 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 und das das kriegen wir hin das schaffen wir da waren wir schon mal knapp davor jetzt schaffen wir es oder letztes Mal haben wir es geschafft dieses Mal wollen wir da vielleicht also das mindestens auch erreichen es gibt ja auch so Leute die diesen Ansporn brauchen und für die ist das natürlich dann hier optimal also da ist eine konkrete Zielvorgabe gegeben das wollen wir schaffen und das wäre natürlich super wenn wir das dann auch hinkriegen gesucht wird und jetzt ist es interessant ab Level 60 da sieht man schon das ist ein bisschen höher geht und dementsprechend halt auch ja was soll ich sagen die bestimmte Helden vielleicht auch vorhanden sein sollten nicht müssen aber wäre von Vorteil wenn sie da wären mit denen halt manche Sachen halt deutlich einfacher sind also keine Ahnung bestimmte Titan Helden dass man elementaren Defense Down zum Beispiel in allen Farben wenn möglich hat damit man halt da gut Schaden machen kann oder Leute hat wie Talek wie Miki wie Wukong wie Ranvir wie Bertulf und so weiter die oder Wilbur Kostüme die gut beim Titan sind und halt da auch Schaden machen können zum Beispiel also das ist halt je höher das Karrierelevel desto länger spielt man desto mehr Chancen hat man solche Helden vielleicht zu haben und desto besser stehen halt dann auch die Chancen wenn man eine neue Allianz sucht die bestimmte einen bestimmten Fokus auf bestimmte Sachen hat dass die dann sehen den Helden das können wir den können wir da gebrauchen da 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 der hat die Schlüsselhelden die wir brauchen für das was wir erreichen wollen also gute Sache Teamstärke sollte noch 4700 sein mindestens das ist auch kein kein Hexenwerk in dem Fall ansonsten entspanntes spielen ohne Druck hat sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen mit Druck angehört wenn es um Allianz Quest und Mythischer Titan geht aber im Endeffekt ist das kein Druck wenn man da einmal drin ist und das einmal gemacht hat und spielt und weiß man kann das so dann wird da kein Druck draus dann freut man sich vielleicht eher außer auf das stupide Wiederholen bei Events da freut man sich vielleicht dann nicht so drauf aber wenn man die richtigen Helden hat wenn man weiß wir erreichen hier auch was also wir können da auch das erreichen die Ziele die wir wollen dann macht es halt mehr Spaß und artet nicht in irgendeiner Art und Weise von Druck aus das ist auch immer ganz wichtig so drei Plätze haben wir noch die Leute die reinkommen die würden natürlich dann dem mythischen Titan und dem Allianz Quiz Ziel Top 1000 deutlich weiterhelfen ja weil mit 27 ist es ein bisschen schwieriger natürlich je voller wir sind desto einfacher ist es also drei Plätze noch frei bei Reinecke und dann geht das gut dann ist man in Top 1000 rutscht man dann rein jetzt muss ich mal eben einmal ganz kurz was gucken er hat hier gerade ein bisschen er stockt hier gerade ein bisschen warum auch immer gucken ob hier alles hier ist alles in Ordnung dann hakt der Player gerade ein bisschen okay das ist jetzt natürlich nicht so geil warum auch immer er jetzt hakt warte mal oder war das jetzt ja der hakt ein bisschen okay dann müssen wir jetzt nochmal gucken dass wir die letzte Truppe reinkriegen ansonsten müsste ich doch nochmal pausieren es ist ja okay es dauert ein bisschen lang mal gucken aber tippen geht wieder schnell also sind wir vielleicht doch safe okay sollte doch noch funktionieren gut clan of the tentacle das hier mit sinnen blödsinn unsinn irrsinn frohsinn größten wahnsinn leicht geschmack allters schwachsinn 21 von 30 okay neun plätze frei allianz ist offen heißt prinzipiell erst einmal jeder kann rein das das ist immer so ein gutes omen jetzt weil ich omen ist ein omen wenn man sieht die allianz ist frei dann ist es in der regel so dass jeder rein kann das ist natürlich auch eine ganz gute sache dann guckt man okay man sieht es sind kleine accounts dabei jeder kann rein okay sehr gut das haben wir schon mal geklärt also sieht zumindest so aus die finale information ob es auch so ist steht noch aus das werden wir gleich sehen und dann gucken wir mal rein was haben wir hier also der großteil der allianz spielt schon länger zusammen nicht länger sondern lange zusammen ist also ein gefestigter kern das ist auch immer sehr gut titan ist freiwillig 9 bis 10 sterne Klammer auf werbe schön wenn du ihn regelmäßig angreifen würdest Krieg ist auch freiwillig freie tankwahl keine einheitlichen tanks jeder kann das so stellen wie er möchte man merkt schon das ist halt alles sehr sehr kollegial und dem 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 spieler zuvorkommt also man will jetzt keinem irgendwie da steine in den weg legen die spieler sollen halt das maximal genießen also indem sie da wirklich freie handhabe haben natürlich es ist freiwillig aber wäre halt schön im sinne der allianz wenn man halt je mehr man daran teilnimmt desto besser was die einzige pflicht ist oder wo man ein bisschen genauer guckt ist wenn man am krieg aufgestellt ist dass dann da die angriffe gemacht werden weil sonst ist das ist halt Mist krieg krieg kann man daran teilnehmen wenn man 30 kampffähige helden hat vier sterne fünf sterne vielleicht auch je nachdem wenn man sagt ja kann auch noch mit zwei drei drei sterne auffüllen dass man dann vielleicht damit irgendwie cleans macht oder sowas das wird man dann sehen wenn man in der allianz an sich drin ist abmelden wenn man inaktiv ist ist klar allianz quest mythischer titan nach eigenem ermessen also dass man sagt ich habe für mich für meine persönliche belohnung alles getan habe ich alles getan und deswegen funktioniert alles und ich kann mit gutem gewissen sagen ich habe auch das nötigste für die allianz getan was ich schaffe das ist ja auch so eine Sache jeder hat Mitspracherecht also es wird nicht über den Kopf entschieden von manch anderen es werden natürlich langfristige deutschsprachige Spieler gesucht langfristig darauf liegt die Betonung kommunikationsmäßig vielleicht auch deutschsprachig aber langfristig ist so das das Ziel was wir in erster Linie haben aber jetzt kommt das wichtigste Stärke und Level sind egal bitteschön da hast du es also jeder kann hier definitiv rein das was wir vorher vermutet haben das ist jetzt hat sich bestätigt also es ist egal welches Karrierelevel wie stark ich bin wie viele Helden ich habe hier kann ich zu jeder Zeit rein Hilfestellungen sind da wir haben erfahrene Leute sehen wir 80er Level 90er Level alles alles super Line ist verfügbar aber freiwillig deswegen steht es nicht oben drin da muss man dann halt einfach in der Allianz nachfragen wie sieht es aus ich würde gerne bei Line in die Line Gruppe rein da vielleicht noch ein paar Informationen kriegen und so dann wird man da eingeladen Fusion möglich aber zu den eigenen Konditionen da ist es dann so dass es dann halt heißt die Leute müssen sich dann dementsprechend anpassen hier haben wir jetzt nicht so viele Sachen wo man sich jetzt anpassen muss würde ich jetzt mal sagen weil halt generell alles dem Spieler überlassen wird wie er es macht aber wenn jetzt eine Truppe kommt von neuen Leuten die sagen wir haben Titan und Kriegspflicht dann kann halt auch Kotoka sagen ja das ist aber nicht bei uns wir machen das alles bei uns ist das alles freiwillig so würde ich das auch gerne halten wir können das eventuell so machen dass wir vielleicht sagen der Titan wird Pflicht aber den Krieg den lassen wir immer noch auf freiwilliger Basis also das was Clan of the Tentacle haben möchte sollte im Vordergrund stehen die anderen müssten sich da ein bisschen anpassen aber ich denke mal das sollte eigentlich kein Problem sein weil hier ist es halt im Sinne des Spielers dass ihm halt alles offen gelassen wird dass er so schalten und walten kann wie er möchte wenn da jetzt sich irgendeine kleine Gruppe angesprochen fühlt und sagt so handhaben wir das auch so würden wir uns das auch wünschen dann entweder hier kommentieren einen Kandidaten reinschicken die Allianz ist offen dann kann man sagen jo hier ich würde gern über Line mit dir reden wegen Fusion und sowas und dann geht das ja auch oder hier unter dem Video kommentieren ich kann da auch gucken dass ihr Kontakt herstellen oder dass ich zumindest den Leuten sage jo hier guck mal da unter dem Video da ist jemand der Interesse hat deswegen auch hier wenn es Probleme gibt bei der Kontaktaufnahme mit irgendeiner Allianz immer in die Kommentare schreiben wenn sich was getan hat bei euch wenn die Allianz voll geworden ist oder wenn Leute dazugekommen sind auch gerne in die Kommentare schreiben an sich ist es bei Clan of the Tentacle alles relativ chillig wir haben neun Plätze frei wie gesagt Fusion möglich kleine Gruppe und ansonsten haben wir hier nicht viel was was uns als Hürde dient also von daher reingehen spielen Spaß haben und fertig wie bei allen anderen Allianzen auch und mit den Worten würde ich sagen das war's vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut Ciao Ciao